»Milady«, Sie wissen's genau, da hat die Seele keinen Ort, wo sie verweilt. Es eilt ein Sturm durch uns in Fort, durchschwemmt die Frau und macht den Mann sich Bäumen. Wir träumen, wenn wir kommen nahe aneinander, ja, daß uns das heilt, und teilt den Schmerz benommen in Gier auf da und in die milde Zärtlichkeit des Schlafs dort in den Räumen, aus den Sekreten und aus Zeit für Haut. »Milady«, Sie sind ein Sturm. Vielen Dank.